Jetzt machen wir mal weiter hier und zwar muss ich die Provinz oder will ich die Provinz Valdemar oder was ich jetzt ausgesprochen wird ist auch egal befreien dazu muss ich hier also Porto Cochlea oder was ich wie das heißt da ist schon befreit es ist nicht da schon befreit und jetzt muss noch fünf weitere Siedlungen befreien mal gucken wo die denn so sind ich flieg dann einfach mal erstmal da so hin das ist natürlich auch ein bisschen irritierend weil man muss ja echt nur orientieren ob da irgendwelche roten Bauten sind die man zerstören muss und sonst ist es eigentlich alles egal ich werde weiter fliegen sonst ist der Porto Cochlea befreitert das ist dort natürlich alles ein bisschen länger weil es alles versteckt ist auch so richtig beschissen okay das ist hier auch schon mal einfach nur irgendwie so eine Ruinstadt oder das Dorf steig ich mal auf hier das ist ja langsame Zeit was ist denn das hier Rebellenausbruch der nächste bitte ah war es nur nicht so gut ich glaube da oben ist es bestimmt so gut ich glaube da oben ist es nicht so gut Uiuiuiuiuiuiui Man ist ja hier die nicht gerade schnell Reisen machen bringt halt auch nicht wirklich was, weil wenn man die Sachen schnell befreien will, muss man echt im Heli sitzen im Panzer sitzen oder was nicht was und da zu Fuß rumrenzen oder so was für Pränger Das ist ja hier auf einmal die Muni alle, was weiß ich Ich bin schon mal beschlossen Aber jetzt ist die zweite Oder doch Doch, so, fuck Das Tor wird doch schon mehr Oh Ich bin wohlgell Hier könnte auch gleich was rein hier vorne und ich bin letztlich wo der Flubb durch die Funktion mehr Ich bin schon ein bisschen am Ostern mit dem Entschluss Abschießen Ja, jetzt bin ich doch schon Hab ich auch schon alles befreit? Achso, ich bin woanders. Ah, verdammt, hab ich schon gewundert. Aber in den Grenzen, das ist echt so ne Sache. Ich weiß gar nicht, man kann glaube ich auch nur einen Weg durchsetzen und ist nicht vorbei. Ah, jetzt wird hier erstmal was. Zum Stück, auf der einen Seite. Ich glaube absolut nicht. Nicht schlecht, Rico. Schaffst du das auch? Ich finde hier keine Siedlochen irgendwie gerade. Das ist so komisch. Hast du das nicht? Spüren wir mal. In einem anderen Bereich. Mal, mal, mal. Das war jetzt auch hier. Das ist hier. Ich bin hier aber gerade falsch. Das ist der Süd. Verdammt. Alle Einheiten hierher. Nicht wiederholen. Alle Einheiten hierher. Kein Saft. Okay, hab ich hier jetzt irgendwas in Costa Süd zu nutzen? Kinderspiel. Äh, ja. Super. Wo bin ich jetzt überhaupt? Verdammt. Jetzt fliege ich hier komplett falsch rum. Haha. Da will ich gar nicht sein. Aaaaah. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Seht mal ein Betrieb. Helikopter Unterstützung nähert sich eurer Position. Da will ich gar nicht hin. Da will ich gar nicht hin. Ich kriege sie überhaupt hin. Ich kriege sie überhaupt hin. In richtige Richtung oder nicht? Doch. Nach diesem Punkt. Ich bin der Einen Mann, Armid. Ich bin der Einen Mann, Armid. ich habe jetzt das befreit, Guardia mal 4 ist von Kuss befreit, okay Was so ein Feuerchen ausmacht Das ist dann erstmal dort, wie ihr das auch seht, ne? Da ist der erste, also der vierte Nur ein paar mehr dann, wa? Was ist denn da aus? Ich glaube, der ist gut Kein Problem Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor Alle Einheiten hierher Für die Zentrale Zusatzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch Los, findet den Rebellen Was ist denn? Er darf nicht entkommen Ja, das ist alles Ja, das ist alles Ey, lass das Guardia Voldemar Voldemar Oder was? Dreifel muss man fürfeit Ja, geil Gut, äh Ich geh mal kurz auf der Karte gucken Dort, dort, okay So können jetzt die anderen Dennoch sein Das ist ja nicht wichtig hier Ah Alle Einen nach dem anderen So, wo bin ich denn hinten hin zu wissen? Keine Ahnung Das ist bestimmt da wieder die Grenze Das ist bestimmt da wieder die Grenze Oh, das sieht nicht aus Na ja, wirklich Gardea Waldemar, 5 Vorposten freit, geil. So, mal kurz wieder gucken, äh, so, diese komischen, fähigen Klumpen sind also Vorposten. Äh, ja, ansonst, das wäre noch was sein, da war ich ja eben schon, aber, hm. Muss ich alles angucken. Und das sind auf jeden Fall hier Ruinen, und das könnte noch was sein, aber da war ich ja eben eigentlich schon, hm. Ah, ich bin immer da. Das ist ein krass Ding. Ich stehe jetzt in die Situation. Ich muss besser aufpassen. Ah, das sieht gut aus. Und ich bin mir nicht sicher, wo das ist. Jetzt ist das hier kleine Ding hier. Jetzt mal da, dahin, und danach fliege ich dann da hin. Ich bin immer da. Und jetzt ist das ein... Oh, was ist das? Ne, doch, zurück. Das sieht wieder was gut ist. Juhu. und befreit endlich der waldemann 1 vor post befreit 6 von 6 siedlungen ja geil waldemann komplett provinz befreit 3 fehlen noch geil ja habt ihr gesehen wo die sind zeigst du mal eben so man sieht die punkte ganz gut na also hier dort 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 da einmal da einmal hier dort und dort ich glaube ich ein vergessen gute port ist natürlich müssen dauernd ein bisschen länger der port also den haften freien 123456 alles klar so sieht es aus geschafft geil und noch drei stück und dann bin ich durch mit den provinzen endlich